Wie wohnst du? Alleine? Mit deinem Ehepartner oder Partnerin? Oder vielleicht sind deine Kinder sogar noch im Haus? Wie auch immer es sein mag, du wohnst nicht zufällig so. Es ist ja nicht so, dass ein wildfremder Mensch bei dir in der Wohnung ist. Irgendwann hast du dir diesen Menschen an deiner Seite gewünscht und Ja gesagt. Genauso wünscht Jesus sich, bei dir wohnen zu dürfen. Vielleicht wunderst du dich, weshalb bei dir doch etwas eingezogen ist, zu dem du gar nicht Ja gesagt hast. Ist es die Traurigkeit? Selbstzweifel? Oder gar eine Depression? Schmerz? Wut? Eifersucht? Es gibt so vieles, das uns die Freude nehmen möchte und uns das Leben wirklich schwer macht. Die gute Neuigkeit? Es will jemand bei dir wohnen, der nicht nur wunderbar sauber machen kann, dir und deiner Familie aber auch Freude schenken will. Dieses Angebot gilt dir. Jesus will bei dir einziehen, so ganz und gar und er will alles mitbekommen, auch die Streitigkeiten, schlechte Launen und Tränen. Ja, auch gerade heute, diesen Tag will er miterleben. Jesus will bei dir leben. Willst du ihm den Schlüssel zu deiner Wohnung geben? Weil er der Einzige ist, der selbst in den hintersten Ecken wieder sauber machen kann, an die du selbst nicht mehr rankommst. Er will die Vase, die im Streit zerbrochen ist, wieder zusammenkleben. Ja, er will dein Leben und das Leben deiner Familie wieder mit Mut und Hoffnung erfüllen. Gerade jetzt, wo du eigentlich lieber das Chaos deines Lebens hinter verschlossenen Türen versteckt halten möchtest, da klopft er an und fragt dich persönlich um deine Erlaubnis. Darf ich bei dir wohnen? Ich möchte dir und deiner Familie neuen Mut und Hoffnung schenken. Darf ich? Wollen wir gemeinsam beten? Jesus, zieh bitte bei mir ein und schenke mir neuen Mut, Freude und Hoffnung. Ja, ich brauche dich. Amen. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen. Du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt. Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen. Und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst. Ein Wunder für jeden Tag.